Selbst der Dirk hat es besser weggekommen. Hat Dirk ihn weggedreht? Mh. Schönes Ding. Zweiter Platz. Diesmal hat es funktioniert. André, wer war da? Ne, dein Vater fährt gerade ein Rennen. Meinst du nicht, dass du da vielleicht mal auch hingucken könntest? Langweiliger. Ja. Die ganze Zeit Dreck schmeißen ist auch viel langweiliger. Das war ein viel spannender, ne? Genau. Ich glaube, das war der blaue, oder das wurde. Ah, da springt, guck. Schön wegdrehen. Ich muss nur aufpassen, dass er ihn nicht dreht. Aber der Golf ist zu weit vorne weg. Ja, da muss er aufpassen. Da muss er aufpassen. Ja, geil. Meint er so? Ja, da muss er aufpassen. Oh, der Hund ist nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Ja! Schönes Ding ist... Genau so. Die Flügel ist in der Nähe von der Flügel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017